Fabio Koltrau, so ist es passiert. Real spielt auf Abseits, ist allerdings dicht. Ociccio auf Hohe sieht Briovic und der legt einfach nur ab. Und dann ist es Maßarbeit mit den Innenpfosten im Verbund. Thibaut Müller, defensiver Mittelfeldspieler. Aber er hat sich gedacht, also wenn ich jetzt mich nicht einschalte in den Stratraum, dann werde ich nie berühmt. Aber er hat sich nicht einschalte.